Jo, heute im Gegenvideo reden wir mal drüber, wann gehe ich ganz endlich jetzt im Fitnessstudio, wann geht es los und gar darüber reden wir heute im Gegenvideo und, jo, liebe Freunde, los geht es. Einmal kann ich euch noch meine Hand bringen, weil viele immer gefragt haben, ja wie viel Kilo wiegen dein Handeln, los geht es. Jo, nochmal die vier Handeln hier, da wiegt eine Handeln 1 Kilogramm, wie ihr gegenguckt, 1 Kilogramm ist nicht viel, liebe Freunde, aber naja. Jo, und dann kann ich euch mal meine große Handeln, los geht es, liebe Freunde. Jo, das ist meine große Handeln, die wiegt 2,5 Kilogramm, da geht es auch, 2,5 Kilo wiegt die Handeln und damit geniehe ich auch immer, boah, weiter geht es. Ich freue euch natürlich auch gleich noch gar an, wann ich im Fitnessstudio gehe, also immer mit der Ruhe. Und ich sag hier auch mal, dass du kochst, seht, wie ich gogeniere damit, einmal so mache ich das immer und ja, gogeniere ich damit halt. Und wenn ich mit die anderen Handeln...